Hey ihr Lieben, Flister, Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Ich hab euch auf Instagram gefragt, welches Video ihr gerne als nächstes sehen würdet. Und ganz, ganz viele von euch haben sich für das What's in my Makeup Bag entschieden. Ich hab schon mal so ein ähnliches Video gedreht, das What's in my Bag Video. Und ich glaube, das ist ziemlich gut bei euch angekommen und hat vielen gefallen. Und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass dieses Video euch gefallen wird. Das ist meine Makeup Tasche und die hatte ich mal in der Trendbox. Und ich weiß, ich hab damals gesagt, dass das Schwäne sind. Aber eigentlich sind das Flamingos. Und da unten steht Paradise. Und da ist... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mag ich wirklich sehr und kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich greife da jetzt einfach wahllos hinein und hole mir was raus. Hier haben wir meine Puder. Das ist ein Kompaktpuder von Cleo Ways Manhattan. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist in der Farbe Sand. Und das sieht so aus. Das deckt gut und verleiht einem anderen schönen, matten Term. Und das findet sich echt auch schon, glaube ich, 10 Jahre. Also wenn mir ein Produkt gefällt, dann bleibe ich auch dabei. Dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten. Das ist meine neue Foundation. Und ich weiß, einige haben geschrieben, Maybelline ist nicht tierversuchsfrei. Ist natürlich nicht ideal. Aber jetzt habe ich es schon zu Hause. Und das ist die Farbe 110. Das ist sehr, sehr hell. Aber es gibt noch ein helleres. Und eigentlich mag ich das von der Konsistenz her schon ziemlich gerne. Dann habe ich hier so eine kleine Palette. Die ist echt schon alt. Ich weiß gar nicht mehr, ob da noch ein Name steht. Doch, die ist auch von Manhattan. Und die benutze ich immer, wenn die so unterwegs oder wir auf Reisen sind. Weil die einfach sehr, sehr schöne, natürliche Töne hat. Und das mag ich sehr. Da mache ich dann einfach immer den hellen Ton aufs Augenlid. Und etwas dunkleres, ein bisschen außen. Und das sieht eigentlich immer gut aus. Und das sieht eigentlich immer gut aus. Und die Palette habe ich, glaube ich, auch schon ewig. Dann haben wir hier meinen liebsten Matten. Ja, Lippenstift kann man nicht sagen. Das ist eine Lippenbutter von Oster. Und die sieht so aus und ich mag einfach alles. Die Konsistenz, den Geruch, den Auftrag, den Geschmack, die Heilbarkeit. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und die kann ich wirklich jedem empfehlen. Und die kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das war mein erstes teures Produkt. Und ich bin jetzt eigentlich noch immer begeistert davon. Aber wahrscheinlich soll man das nach so langer Zeit gar nicht mehr verwenden. Aber ich werde das nie schaffen, dass ich den aufbrauche. Von daher ist das ein bisschen tricky. Okay. Und das ist die Farbe. Leid. Es gibt. Ja, genau. Und den mag ich echt sehr, sehr gerne. Und dann habe ich hier meinen. Ja, leider. Von einem Bronzer. Oder auch Bronzer genannt. Der ist von der Farbe her ziemlich matt. Und ich mag das nämlich nicht so, wenn da so goldene oder Glitzerpartikel mit eingearbeitet sind. Und der ist von Katrice. Und der war nicht teuer. Aber ist trotzdem ein sehr gutes Produkt. Und finde ich. sehr gut. Und der findet sich auch tagtäglich. Und dann habe ich hier einen Lippenstift. Mischstift. Das ist auch mein liebster. Und der einzige. Beziehungsweise. Einen zweiten habe ich noch von MAC. Die habe ich mir schon glaube ich auch vor zwei Jahren oder so gekannt. Und das ist die Farbe. Honey Love. Honey Love. Honey. Honey. Love. Und der sieht so aus. Das ist ein ganz ein. Ja. Nude Ton würde ich sagen. Aber nicht so nudig. Einfach ein perfekter Ton für mich. Und der ist. Ja. Einfach sehr sehr alltagstauglich. Und kann man was zu allem tragen. Und den möchte ich auch nicht mehr missen. Obwohl MAC Lippenstifte extrem teuer sind. Ich glaube einer kostet 22, 23 Euro. Das ist schon sehr sehr viel Geld. Aber ab und zu darf man sich auch mal was leisten. Dann habe ich hier zwei Pinsel. Ich kann damit leider kein Mikrofon brushing machen. Weil ich die jetzt immer benutze. Und sonst hätte ich da alles an. Ja. Mikrofon. Das wäre jetzt nicht so löblich. Aber der hier ist für die Kontur gedacht. Und der ist von Luxy. Und da ist Small Contouring. Da wurde ich nämlich auch schon ein paar Mal gefragt. Und den hatte ich mal in der Glossy Box. Und wir nennen ich Glossy. Aber ich glaube der kostet auch um die 22 Euro. Und ich persönlich würde wahrscheinlich nie so viel Geld für den Pinsel ausgeben. Aber es ist wirklich richtig gut. Und dann habe ich hier noch einen zweiten, der ist von Catrice, das war so eine Limited Edition, glaube ich, und der ist ein bisschen so abgeschrägt. Und der ist eigentlich auch für die Kontur, aber ich nehme ihn meistens für den Blush. Und der hat da so ein bisschen Lederoptik und sieht sehr, sehr edel aus, finde ich. Und den mag ich eigentlich auch ziemlich gerne. Ja. Dann habe ich hier auch wieder einen Blush und der ist auch von MAC und den habe ich mir damals gemeinsam mit dem Highlighter gekauft. Und der nennt sich Ambering Rose. Und ich finde ihn so, so schön. Überhaupt, wenn man generell so ein bisschen blasser Haut ist, sieht das wirklich sehr, sehr schön aus. Und ich finde es das ganz gut mit guardieren. Gut da, so schön. Gut. 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 Dann habe ich hier meine neue Mascara, die nennt sich Missy B von L'Oréal Paris. Und die ist auch ziemlich cool. Ich finde, die macht einen schönen Augenausschlag. Und schöner Wimpern. Ungefähr mir auch sehr, sehr gut. Die ist jetzt nicht wasserfest, aber verläuft trotzdem nicht, wenn man Sport macht oder einen stressigen Alltag hat. Und die werde ich mir, glaube ich, sogar nachkaufen. Weiter geht's mit Concealer. Und der ist auch wieder von Maybelline von der gleichen Reihe wie das Make-up. Und Dina findet sich wirklich schon sehr, sehr lange und mag den ziemlich gerne. Und kann mich wahrscheinlich nicht von dem trennen, weil ich daran einfach vieles mag. Die Konsistenz ist nicht zu deckend, aber auch nicht zu leicht. Ja, das Tragegefühl ist sehr angenehm. Und ja, ich mag ihn einfach. Und ich bin wirklich der Typ, wenn ich ein Produkt finde, das mir gefällt, dann bleibe ich irgendwie dabei. Und probiere nicht wahllos herum. Und das ist bei dem definitiv der Fall. Dann habe ich hier noch einen Blush und der ist so, so alt. Aber ich liebe ihn einfach. Ich habe noch keinen perfekten Tube dazu gefunden. Ich mag diese leichte, 40 Farben sehr, sehr gerne. Und ja, den gibt's auch so gar nicht mehr zum Nachkaufen, weil der, glaube ich, auch schon fünf Jahre oder länger ist. Oder, ja, älter ist sie. Und das ist auch von Maybelline. Und ich mag den auch eigentlich ziemlich gerne. Und dann habe ich noch einmal ein Protokutter. Und das habe ich mir erst heute gekauft. Und zwar ist das der Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Und mein Anteil war leer. Und ich habe einen neuen gebraucht. Und er ist wirklich sehr, sehr dünn. Also vorher hatte ich einen zum Anspitzen. Und das war ein bisschen einfacher. Ich habe ihn jetzt auch schon drauf. Aber ich muss mich da erst ein bisschen reinfinden. Aber an und für sie finde ich ihn nicht schlecht. Aber Übung macht der Meister. Und da hinten noch haben wir noch so ein kleines Bürstchen. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Das war es jetzt auch schon. Mein Töschchen ist leer. Mein Töschchen ist leer. Ich würde sagen, dass wir uns dann wieder zum nächsten Video sehen. Und bis dahin. Alles Gute. Ich verstehe. Ich verstehe. Und ich verstehe. Ich verstehe.